Das würde ich mal sagen. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Die Herzkette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss eine Adeligen gehört haben. Gut. Hab ich natürlich gewusst, hier komm ich nicht rein. Das sieht geil aus. Ach, hier sind wir reingekommen. Ja, okay. Okay. Da müssen wir bestimmt nach da. So. Ähm. Stopp. Nein. Hm. Kampfmesser? Verdammt. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Schiedel. Wie kommen wir denn hier weiter? Ach so. Das war doch totally clear. Ey. Jetzt kann ich auch das Feuer benutzen. Wenn ich da was machen kann. Ja. Inventar Upgrades. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste bein und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Abenteuer Krischer. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, biete ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky. Wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln. Und äh, schlief neben der Katze ein. Okay. Ich war so glücklich. Ja. So. Fertig damit. Laufen wir wieder zurück. Ist das sehr. Dann ist das Schauspiel. Es fuhr es Щt tut eich. Schärke, destine. Ahhhh. Nein! Bleibst du wohl da oben? War vielleicht nicht so geil. Okay. Vielleicht sollten wir etwas tiefer anfangen. Fangen. Ey! Nochmal. Komm. Diesmal schaffen wir es. Aber ja. So. Schießen wir lieber mal etwas mehr Pfeile. Ich glaube die Shotgun ist hier ganz gut. Okay. Na? Wo bist du mein Tor? Ey. Kann ich das Ding auch noch anzünden? Oh. Oh. Das ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Äh ja. Hm. Ja. Da muss ich hin. Das ist klar. Ich glaube ich habe eine Idee. Nein. Du bleibst hier oben. Oh mein Lieber. Du gehst jetzt hier rüber. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Na ja. Na ja. Feuer möchte ich noch. Das Ding dazu brennen. Komm. Burn baby burn. Oh. Nur eins. Ich glaube das war etwas kurz. Ja. Kann man auch noch mal was. Länger machen. So in etwa. Oh. 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 Glaube ich, hier muss ich als erstes finden. So. Nein! 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 Plündern, plündern, wunderschön. Ähm, naja. Die mongolen Armeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Sieht ganz gut aus. Die Frage ist nur, jetzt... Wie? Verstöre ich das? Oh. Das war etwas zu hoch. Aber jetzt nur immer die Frage Da habe ich noch was in. Da komme ich nicht dran. Oh ja. Ach. Größerer Winkel. So, jetzt kann ich nämlich von hier aus. Aua. Ich kann nicht hier drauf springen, sondern ich kann jetzt hier hoch. Klatsch mal ein bisschen, Laura. Ja. Guck mal eine an. Machst du schön. So. Das sollte den Arm ausbalancieren. Vielleicht? Ich kann nicht hier drauf